das war jetzt komisch mit dem messer also es war ein definitiver kopftreffer und er war nicht tot wo ist die leiche hallo das gleiche wo sandwich ist jetzt gut auch wenn es schlecht ist so noch ein test ich will jetzt einmal dich im kopf treffen und ja es ist kein one hit mit dem messer obwohl es 15 schaden macht und die pistole angeblich vier jetzt gleich noch mal ich wollte jetzt normales zombie ähnliches ding du bist schnell das ist doof treffen wir nicht schlecht obwohl du nur vier schaden machst das bei dir im kopftreffer tödlich sehr komisch den knochen schmeiße ich gleich weg und ich sollte kein trash hier töten dem ich ganz einfach ausweichen kann wir brauchen essen wir brauchen mehr autobatterien brauchen also eine hülse schmeißt die taschenlampe weg das der feind noch auch und wir verhungern gibt mir das sandwich vergiftung war keine vergiftung habe glück gehabt war glaube ich eine 50 50 chance ob man vergiftet wird oder nicht noch mehr hülsen oh sehr gut chicken chicken am morgen gibt kommen und sorgen jedenfalls wenn man so aus einer dose ist wahrscheinlich ja ganz viele zombies ganz viele zombies war da hinten noch so ein baum stumpf ich hätte gerne ein fernrohr ja so karte von der basis zur straße straße folgen man ist sofort in der stadt man muss nur diesen kleinen vorort hier durch und hier in diesem gebiet sind die hunde recht verbreitet das heißt ich wechsle schon mal auf schrotflinte die schrotflinte werde ich aber nur einsetzen gegen die hunde selber gegen bienen und anderes wechsle ich auf die armen brust und das messer nehme ich nächstes mal gar nicht erst mit so schwarzpulver bücher ja und die nehme ich dann ab und an auch mal mit warte mal die teile jetzt ich habe die kleine achse gelassen das wird mit der achse nicht besonders gut gehen wir mal gucken wie viele schritte brauchen sechs sieben acht viel zu viele elf zwölf 13 ok bei unserem nächsten trip in die stadt sollten wir die pickaxe mitnehmen und die hier auseinander nehmen irgendwas zu essen noch irgendwo spinnte das ist ein klo für ein rohr brauchen kein rohr ein zink mit noch einem repair tool können wir erst mal mitnehmen damit ich mich in der stadt rüber aufregen kann das inventar wieder voll ist da grün 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 spinnte seitdem wir jetzt die schrotflinte und die ganze munition und so weiter drin gefunden haben sind wir da richtig scharf drauf hallo bye bye ok du kriegst auch noch bist du bine ja okay jetzt müssen wir pistolen baller baller und bine panik noch irgendwas ich wollte nur den eigenen container eröffnen was denn zu viel verlangen wo ist die bine so viel zu viele zombies ich werde hier nicht in ruhe looten können ähm da ist die bine da oben kommt gleich die nächste so wow du kamst schnell nah ran mann weg und weg so hab wenigstens schönen loot dabei ich hab gerade richtig viel muni verballert so wo ist meine armbrust da ist meine armbrust keine hunde keine bienen ok du siehst anders aus ja du siehst anders aus als die anderen zombies die ich bisher gesehen hab links kommt was ich sehe den schatten muss auch sobald wir zu hause wieder neue bolzen herstellen eins zwei bei dir nehmen wir uns die zeit kopf ja statt sollte man nicht unterschätzen auch nicht am tag und taschenlampe weg mit dir für schon wieder bine da no honig gib mich honig no und muni nein boah gleich der nächste du bolzen bolzen auch gleich alle wirklich viel essen und auto batterien habe ich noch nicht gefunden ich hätte einfach weiterlaufen können ich wollte nur die da haben deswegen ihr beiden lohnt euch jetzt besser wir haben 30 kugeln oh ok cloth head und book haben wir schon mal eine kopfbedeckung ja haben wir baseball head macht 10 20 10 sonst was das hier schlechter ok so wir haben da ein kaputtes haus das will ich nicht unbedingt ich will so ein richtig stabiles wo die wohnungen noch ähm zu sehen sind warum läuft das auto da hinten so rot gucke ich mal kurz hin und ja es wurde schon mehrfach gesagt ich soll in der stadt auch nicht laufen denn locke ich keine gegner an was ist soweit richtig aber ich bin schneller und kann in derselben zeit mehr looten und bisher bin ich wegen sowas noch nicht so wirklich gestorben also laufe ich einfach weiter ah schaufel oh warte mal hier waren wir schon aber waren wir in der auch schon ja waren wir ok hier waren wir dann wahrscheinlich auch schon drin von der anderen seite nein waren wir nicht komisch oh hund bye bye hund aus dir kann ich jetzt leder machen richtig komm mal komm mal hoffentlich kommt kein zweiter hund hier sie brauchen recht lange zum häuten und ich stink nicht warum stink ich nicht ich hab grad ein hund zerhackt und trage ihn mit mir rum ich sollte Geruch absondern und es sind viele unterwegs sich für eine biene und mindestens drei andere zombies da ist einer von den neuen ja du wirst dich ähnlich wie der andere aber das mannens gehen und ein bisschen andere formen ich hätte gerade schwirren können habe und gesehen waren vorstellung macht kaputt ich würde gerne in den trisuren wahrscheinlich ist you are infected von was dem da also das da habe ich antibiotika dabei nein hallo ja 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 das war jetzt nicht so gut mich hier einzubunkern schon besser habe irgendwas tolles dabei trinken raus hallo genau hier drüben hatten wir gelootet hopps kommt weg ja oh bye bye ich probiere es mal hier drüben wobei ich mir denken werde dass da genau schon mal der vergangenheit die ignoriere ich mal hier ja ich glaube ich auch schon die war ich nicht okay wobei unser fokus eigentlich eher auf dem essen liegen sollte als batterien aber da ich jetzt jedoch recht häufig schieße weil ich ihnen doch mehr gefahr geraten als ich eigentlich dachte brauchen die batterien ebenso kraftigen stelle bitte hier macht daraus mit discrep weniger tragen müssen und daraus gleich leder dann ist unterwegs vielleicht schon wieder rüstung machen können ich hatte blutet ja okay ja auch stimmt die ganzen dinge kann man auch benutzen benutzt benutzen 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 benutze ich benutze nicht mehr so was haben wir denn da rezepte bekannt iron boots sehr schön weg ne ein vogelnest kommt immer mit ein wagen koscher und autobatterie gas müll lud ich erst mal nicht mehr hier oben kann die bühne hin ich höre sie da hinten ist ein aber es wird nicht dieser dieser lärm macht gerade natürlich gute einfach wenn die biene kommen kommt sie ja autobatterie sehr schön jackpot springen was macht die da egal also nicht da wieder runter springen wir nicht schon den fuß verstauchen wir fliegen jetzt einfach also wir waren da drin wir waren da drin was ist das das ist wieder im kino oder ja da will ich auch nicht hin wir haben es erst zehn uhr also noch sehr schön viel zeit die stadt hier zu erforschen heute ich sollte mir also lohnende ziele raussuchen wobei es da hier nicht so viele zu geben scheint in diesem teil der stadt und und was war das andere und du musst weg weil ich mich jetzt schon über angesehen will ich habe keine bandagen dabei das ist jetzt absolut nicht gut lauf ich hoffe mal dass die schmerzmittel dagegen anheilen können und ich habe auch keinen stoff weg ich habe auch kein stoffzeug um schnell bandagen herzustellen okay wir müssen in ein haus rein wo stoff sein könnte alles kaputt alles kaputt keine gardien mehr keine stamina mehr trink honig trink es honig da die die überhänge da sind aus stoff bestimmt komm schneller element und 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 kotzende zombies lauf hier da lauf nicht mich treffen gehen wir hier ein spring darauf geht er durch versuche irgendwo zu finden so heilung simple bandage kraft nicht leder da kraft blut gar nicht mehr trotzdem herstellen damit für nächstes mal die blutung stoppen können so painkiller schrotflinte weiter nach oben gehen weil es oben wahrscheinlich sicher ist denn erstmal hochheilen erstmal hochheilen und ein paar sachen herstellen da könnte man runterfallen das ist garstig und moni ok also bandagen habe ich würde schmerzmittel laufen noch ich würde gern leder ausdruck herstellen du kannst weg ein mtkern kann weg bundes käse ins können weg rotting flash weiß ich gar nicht ob man das weiterverarbeiten kann oder der bundes herstellen die klaus pens können wir zerlegen glaube ich dem dünn dünn recycle breakdown item place im auto im output slot kann ich nicht kann ich dich zerlegen nö geh du weg du weg eier können weg wir haben genug zu hause die wollte ich mitnehmen für minen die ganzen neuen rüstungen können wir anziehen charakter zieh schuhe an schmeiß alte weg zieh handschuhe an schmeiß alte weg wir haben nix im torso wir sollten also eigentlich versuchen gezielt nach hunden zu suchen um die zu töten um an das leder zu kommen denn ich denke oh waffenschrank denn ich denke die kommt ja nicht außen rum ran ne die hunde die wir eben gerade umgebracht haben die werden nicht mehr da liegen und irgendwer haut irgendwo irgendwas ein und ich habe keine möglichkeit durch die wand hier zu kommen weil das mit der axt wahrscheinlich nicht so gut gehen wird ja nicht mal ein kratzer bisher okay wir brauchen unbedingt ne pickaxe und ich sollte was trinken so walbin warte mal wenn wir von hier oben runter fallen könnten würden wir in dem raum mit dem Tresor landen dann kommen wir nicht mehr raus aber wir würden da landen so du komm her so gib mir hier essen das ist kein essen gib mir hier essen und dann hier haben wir das ist ein